Jo, die Aufnahme läuft, hast du den Feuer und den Dicken? Hier, warte mal. Ach, das war's noch. Kannst du die Lunge überhaupt sehen? Ja, ja. Die liegt jetzt hier. Da, ich hab's, ich hab's. Soll ich machen? Yo, mein Name ist Jack Gass, und das ist fucking ISIS-Garbomb, yeah! Ah, fuck! Ich bin wieder reingerampft, ja! Oh, shit! Ja, ich würde sagen, es ist minimal dezimiert worden.